Willkommen zurück zu SFS. Das Update ist da, endlich ein neues Update und wir werden uns einen Überblick verschaffen über die ganzen Sachen, die hier hinzugefügt wurden. Auf jeden Fall kann man hier schon auf den ersten Blick sehen, es sieht ein bisschen kleiner aus. Also die ganzen Felder sind kleiner geworden. Ja, es sind halt immer noch hier diese ganzen Expansionen auf einem Haufen. Hätte man vielleicht auch kürzer machen können, aber na gut, lassen wir es einfach so und schauen wir uns an, was sich so geändert hat. So, da sind wir im Baueditor, um euch die ersten vier Sachen zu zeigen. Und zwar erstmal zwei kleinere Sachen. Oder, nee, sprechen wir erstmal über die Übersicht, die wir jetzt hier haben. Ihr seht jetzt unten, in der Mitte steht Masse und Schub pro Gewicht. Das war vorher unten rechts in der Ecke. Zudem gibt es hier einen zusätzlichen Knopf, den zeige ich euch gleich. Und zwar als erstes haben wir eine neue Teilebeschreibung. Das heißt, wir klicken einfach auf die Teile und haben jetzt einfach sehr viel übersichtlichere Beschreibungen. Und das ist natürlich sehr schön. Und ja, ich glaube, ein paar Sachen wurden auch vom Namen her verändert. Zum Beispiel hier seitlicher Steg. Vorher hieß das irgendwie Separator. Ja, jetzt steht da Steg. Und Landegestell. Das waren ja vorher Landebeine. Also ein bisschen was an der Übersetzung wurde auch verändert. Ansonsten sehe ich nicht wirklich was anderes. Es wurden halt keine Teile hinzugefügt. Das ist hauptsächlich jetzt so kleinere Features. Ja, jedenfalls ist das erster Punkt. Die Beschreibungen wurden komplett überarbeitet. Kommen wir zu Punkt 2. Und zwar einmal gedrückt halten. Und jetzt können wir bestimmte Bereiche auswählen. Wir müssen nicht mehr alles einzeln anklicken. Das geht noch. Aber wir können jetzt sowas machen, was natürlich sehr nützlich ist. Nicht unbedingt für mich, aber zum Beispiel für Personen, die was mit Teile-Clipping machen, wo sie dann sehr viele Teile benutzen. Und dann kann man es einfach an einem anderen Ort bauen, markieren und verschieben. Das ist natürlich sehr schön und fällt einem auch nicht unbedingt gleich auf. Deshalb habe ich es hier für euch erwähnt. Die nächste Sache ist natürlich auch sehr interessant. Also ich zeige es euch einfach. Nehmen wir uns mal hier ein Landebein. Und ich nutze mal lieber dafür die Symmetrie. Komm schon. Und jetzt nehmen wir einfach, klicken wir es an und dann seht ihr hier einen neuen Knopf. Wenn wir da draufklicken, dann könnt ihr auch eingesetzt sehen. Und ihr seht, die werden ausgefahren. Okay? Die Landebeine werden einfach ausgefahren. Und bei Separatoren zum Beispiel ist das so, jetzt kann man die Separationskraft einstellen. Das gilt von 0 bis 80. Und ich will mal hier gucken. Auch 0 bis 80. Und vielleicht einen größeren. Auch 0 natürlich und 120. Also es variiert immer noch. Je nachdem, wie groß die halt sind. Aber das ist, es ist einfach unglaublich. Ja? Also das ist wirklich, wirklich toll. Zum Beispiel beim Raketenbauen. Kann man jetzt gucken. Hm, sind die Landebeine lang genug? Hm, nein. Da muss ich dann was ändern. Dann nehme ich mir doch einfach größere Landebeine. Und mache das dann so. Und so. Und das reicht auf jeden Fall. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist super, super toll. Und ja, das funktioniert natürlich hier auch mit den Solarpanels. Oh. Ausfahren. Und ausfahren. Und dann kann man das auch so schon ansehen. Das ist auch sehr toll. Die Sache ist die, das kann man leider nicht bei Meere machen. Ihr seht, das leuchtet auf. Aber es gibt keine Option dazu. Das ist ein bisschen schade. Also ich glaube nicht, dass das so schwer gewesen wäre. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. Und eine Sache noch, also wir haben jetzt diese Funktion bei Solarzellen, bei Landebeinen, bei Triebwerken, dass man die halt schon vorher anmachen kann. Und wir haben auch noch die Sache, dass wir den Treibstoff in einem Treibstofftank verändern können. Wir können jetzt zum Beispiel hier gar keinen Treibstoff reinmachen. Dann hat es immer noch eine Masse von zwei Tonnen. Der Tank wiegt es selber so. Und wir können das hier bearbeiten, wie viel Treibstoff da drin ist. Und das ist, das ist wirklich cool. Also so könnte ich zum Beispiel auch meine Atlantis-Raketen weiter verbessern, indem ich halt dann immer so ein klitzekleines Stück an Treibstoff wegnehme. Und gucke, wie effizient ich das zum Beispiel machen kann. Und das ist natürlich super, super cool. Und finde ich auch eine sehr, sehr tolle Errungenschaft. Also, ja, dass es im Spiel ist, dass man sowas nutzen kann. Kommen wir jetzt zur letzten Sache und wahrscheinlich das, worum es in dem Update überhaupt geht. Und zwar um Stufen. Ich habe das hier mal aufgestellt. Hier sind einzelne Stufen. Die habe ich schon gemacht, aber ich mache die nochmal weg. Und zwar so. Also wenn ihr startet, ist es so. Klickt einmal drauf. Könnt ihr aufs Plus drücken. Und dann habt ihr eine neue Stufe. Und je weiter die halt unten ist, desto früher wird sie ausgelöst. Zum Beispiel für die erste Stufe will ich, dass das Triffwerk angeht. Dann haben wir eine zweite Stufe. Und dann möchte ich, dass der Seperator und das Triffwerk gleichzeitig einmal separiert und das Triffwerk aktiviert wird. Und dann machen wir noch eine Stufe. Dann machen wir diesen Seperator rein. Und noch eine Stufe machen wir den Fallschirm rein. Das muss nicht gemacht werden. Man kann es immer noch manuell alles machen. Es gibt also keinen Nachteil davon, sondern nur Vorteile. Und ich finde, das ist sehr, sehr toll. Das kann ich dann auf jeden Fall auch mit in die Atlantis-Reihe mit einbringen. Dass ich zum Beispiel eben das hier alles schon vorher einstelle, vorher definiere. Und ja, es ist einfach sehr toll. Ich würde sagen, wir fliegen die Rakete auch mal mit diesen Stufen hier. Es ist halt keine besondere Rakete. Ich würde mal gerne hier noch RCS-Düsen dran machen. Und dann starten wir einfach. Und fliegen das Ganze mal. So, also Stufen. Haben wir hier das unterste Triffwerk. Los, jetzt ist das Triffwerk an. Jetzt machen wir hier nur noch an. Und dann fliegen wir auch schon. Und ich glaube, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will nämlich ein bisschen weniger Treibstoff reinmachen. Könnten natürlich jetzt einfach so einen Treibstofftank wegnehmen. Aber nein, haha. Ich nehme einfach den ganzen Treibstoff hier raus. Und hier ist dann noch der ganze Treibstoff drin. Gut. Machen wir einfach so. Haben wir einen vollen Tank. Und dann, oh, ihr seht unten links. Ja, wir haben nur noch ein Drittel. Wir haben ja zwei Tanks komplett leer gemacht. So, Stufe aktivieren. Und, äh. Achso, ich habe es eben, ich habe es eben angemacht. Dann die Stufe aktiviert. Dann ist es wieder ausgegangen. Also, ja, müsste halt ein bisschen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja hier schon ein etwas älterer Hase, kann man so sagen. Ich bin ja schon Seite 1.35 dabei. Und muss mich halt immer wieder an neue Sachen gewöhnen. So. Und dann drehen wir uns einfach weiter. Und der Treibstoff ist fast leer. Das heißt, wir können, ah, ich will ja, dass ihr es sehen könnt. So. Jetzt ist der Treibstoff leer. Wir klicken auf die nächste Stufe. Und ihr seht, Separator und Triebwerk gleichzeitig. Das ist absolut, absolut genial. Also, wow. Sehr gut gemacht, Developer. Sehr schön. Und vielen Dank. Das ist unglaublich. Also, ja. Ich bin ganz erstaunt. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, wie ihr sehen könnt. So, dann machen wir auch mal Triebwerk aus. Und warten wir, bis wir auf der richtigen Höhe sind. Und es gibt auch eigentlich noch ein paar mehr Sachen zu zeigen. Dazu kommen wir gleich. Ich wähle erstmal, erstmal hier, Zeitbeschleunigung. Verließ was? Verließ die Atmosphäre der Erde, okay. Okay, also, äh, die Übersetzung, ja, wurde eigentlich komplett nochmal überarbeitet. Und jetzt machen wir es mal so. Und klick. Und da sind wir weg. Und das kann ich natürlich noch nicht machen, weil das halt im Vakuum ist. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Und schauen uns an, was es noch so gibt. Für die nächsten beiden Sachen brauchen wir zwei Raketen. Und dazu habe ich auch schon zwei gebaut und geladen. Und zwar können wir jetzt ohne Karte, also Karte brauchen wir nicht, die andere Rakete auswählen und damit etwas machen. Wir haben erstmal hier Kurssetzen auf. Das ist wie Navigiere zu, wie vorher. Ist natürlich alles ein bisschen überarbeitet. Dann haben wir wechseln zu, umbenennen und Mission beenden. Und umbenennen ist sehr, sehr cool. Wir können jetzt einfach hier Rakete weg machen. Und, keine Ahnung, ähm, ich hinschreiben. Super. Jetzt steht da ich. Und wir können ja auch mal wechseln. Wechsel zu. Und jetzt haben wir hier die andere Rakete. Also das ist auf jeden Fall eins. Oder es sind praktisch schon beide Sachen. Wir können ohne die Kartenansicht andere Raketen wählen. Und zu denen wechseln. Das ist zum Beispiel bei meiner Mondbasis ganz nützlich. Also jetzt könnte ich locker noch ein Übersichtsvideo machen. Weil es so viel einfacher ist, durch die einzelnen Module durchzugehen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein sanfter Übergang. Wisst ihr? Wie wenn man hier auf der Kartenansicht so einmal anklickt und fokussieren macht. Das zoomt dann so rein. Und hier könnte man es ja vielleicht so machen, dass es so rüberwischt. Ja, also es wäre ganz cool. Ist aber auch so schon sehr toll. Man braucht jetzt nicht mal die Kartenansicht, um kurz auf diese Rakete zu setzen. Auch wenn das jetzt hier keinen Sinn macht. Und man kann sie halt umbenennen. Was halt auch recht gut ist. Weil man dann ein bisschen besser die Übersicht behalten kann. Wie zum Beispiel eben bei meiner Raumstation und bei meinem Satelliten. Die haben ja ungefähr denselben Orbit. Wenn ich das eine einfach Satellit nenne und das andere eben Raumstation. Dann werde ich die immer auseinanderhalten können. So, das war es damit. Und jetzt haben wir eigentlich nicht mehr so viele Sachen, die mich interessieren. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch trotzdem. So, und zwar, wenn wir hier auf Einstellungen gehen, sind auch erstmal die Sachen wieder... Also hier sind neue Knöpfe natürlich. Und zwar wurde auch eine neue Sprache hinzugefügt. Und zwar Koreanisch. Ich weiß nur nicht, welche davon Koreanisch ist. Ja, ich kenne mich nicht so gut mit Sprachen aus. Aber auf jeden Fall wurde Koreanisch hinzugefügt. Und natürlich die Sprachen, also die Übersetzung, wurden verbessert. Was natürlich ganz toll ist. Und es gibt so eine Sache für BP Editor, also Leute, die die Baupläne bearbeiten oder eben auch Planetenpacks erstellen. Da wurden noch einige Sachen geändert, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne. Deshalb habe ich das hier nicht erwähnt. Und ja, das war es dann. Auch mit dieser Übersicht über das neue Update. Und was alles so hinzugefügt wurde. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich das Spiel so entwickelt. Und ich finde, das geht schon in eine richtig gute Richtung. Und ich weiß nicht. Also ich werde wahrscheinlich noch eine Menge damit machen. Ich werde sowieso noch eine Menge damit machen. SFS Colony geht ja auch noch weiter. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Und tschüss.